In diesem Quick-Tipp erkläre ich dir eine Funktion, die den meisten Logic-Usern weitestgehend unbekannt ist, das Marquee-Lineal. Und diese Funktion kann auch für dich extrem hilfreich sein, insbesondere wenn du mit großen Projekten arbeitest, die viele Spuren haben. Schauen wir es uns an. Das Marquee-Tool ist ja den meisten als Markierungstool bekannt. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel einzelne Sektionen raussuchen, kann die hier markieren oder auch größere und kann die dann zum Beispiel woanders hinkopieren. Das Problem ist jetzt hierbei nur, wenn ich jetzt ein großes Projekt habe, das ist jetzt hier nochmal gar nicht so groß, hat nur 40 Spuren, aber stell dir mal vor, du hättest ein Projekt mit 60 oder sogar noch mehr Spuren, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich könnte jetzt also hier markieren, wenn ich diesen Chorus hier zum Beispiel in diesen Chorus reinkopieren möchte. Ich gehe jetzt hier rüber, setze hier meinen Playhead hin und setze dann über Command-V diese Spur wieder ein oder diese Sektion wieder ein. Es gibt aber einen wesentlich schnelleren und einfacheren Weg und jetzt kommen wir zu dem Marquee-Tool. Und zwar findest du dieses in Logic über Ansicht und dann über Marquee-Lineal. Das siehst du hier unten bei Spuren. Ich klicke also an und jetzt siehst du schon, dass hier oben ein recht kleines zusätzliches Lineal unter den Markern hier, unter der Marker-Sektion entstanden ist. Und dieses Lineal funktioniert jetzt sozusagen als eine Erweiterung unseres Marquee-Tools. Wenn ich jetzt also hier oben reingehe und ziehe, dann markiert er mir verschiedene Sektionen, wie ich das mit dem Marquee-Tool selber auch machen könnte. Aber du siehst, dass er das automatisch für alle Spuren macht. Ja, wenn du jetzt also 128 Spuren hast, dann musst du hier nicht wild rumscrollen, größer und kleiner scrollen, sondern du kannst es gerade so lassen. Denn du weißt, über das Marquee-Tool markiert er dir immer den kompletten Spurbereich deines kompletten Projektes. Ich kann jetzt hier also wieder genau das gleiche machen, nur schneller. Ich gehe also hier mit dem Marquee-Lineal, male ich mir das hier ein, was ich rüber kopieren möchte. Klicke dann Command-C zum Kopieren, gehe hier in den Hintergrund, gehe jetzt hier rüber zu der Sektion, wo ich es rein kopieren möchte. Setze hier mein Lineal, meinen Cursor, Entschuldigung. Und dann gehe ich hier auf Command-V und habe jetzt hier das wieder eingesetzt. Allerdings wesentlich schneller. Und ich weiß jetzt schon, dass die Frage kommt, warum machst du das jetzt nicht einfach über den Bereich zwischen Locator-Punkten kopieren Befehl? Das könnte man natürlich auch machen. Ich zeige dir noch kurz, wie das geht. Und zwar kann ich jetzt natürlich hier einfach auch meinen Cycle-Bereich setzen. Wenn ich den hier über den Chorus setze, dann kannst du hier auf Bearbeiten gehen und dann hier auf Zeitabschnitt ausschneiden oder einfügen. Dann hätten wir jetzt hier Bereich zwischen Locator-Punkten kopieren. Du siehst, ich muss mich schon ziemlich weit nach unten durcharbeiten. Ich würde jetzt den Bereich zwischen den Locator-Punkten kopieren und könnte jetzt auch hier wieder im Prinzip genau das gleiche machen über Command-V. Du hast jetzt nur gemerkt, dass ich für das gleiche, für die gleiche Funktion, nämlich das rüberkopieren, wesentlich länger gebraucht habe als mit dem Marquee-Lineal. Ein anderer großer zusätzlicher Vorteil hierbei ist, dass ich das Marquee-Werkzeug gar nicht ausgewählt haben muss, um das zu machen. Du siehst also, ich bin hier links im Zeigerwerkzeug und ich kann also trotzdem hier alles setzen, ohne meinen Shortcut für mein Marquee-Tool zu drücken. Es gibt eine kleine Sache, auf die du achten musst, damit das Ganze auch funktioniert. Und zwar musst du, gerade wenn du jetzt hier Sektionen kopieren möchtest, dann immer den Cursor hier hinsetzen, wo du es hin kopieren möchtest und nicht den Cursor von dem Marquee-Lineal. Siehst du, der hat nämlich einen eigenen. Das heißt, wenn ich jetzt das gleiche hier nochmal mache, ich gehe also hier auf Command-Copy und setze jetzt nicht diesen Cursor, sondern diesen Cursor hier ein, also den Marquee-Cursor und gehe dann wieder hier rein, dann hat das in diesem Fall jetzt nicht ganz funktioniert und zwar hat er hier die Kick hier drüber gesetzt. Das heißt, horizontal verschiebt er es zwar richtig, aber vertikal nicht immer richtig. Benutze also hier, wenn du Sektionen kopieren möchtest, immer den Hauptcursor und nicht den Cursor vom Marquee-Lineal selber. Übrigens, falls du dich noch für weitere solcher Logic-Quick-Tipps interessierst, dann empfehle ich dir meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere heiße Tipps, wie du Logic für dich optimieren kannst, wie du es so einrichten kannst, damit es individueller zu dir passt und damit du schneller mit dem Programm arbeiten kannst. Logic-Workflow-Checkliste, also unbedingt empfehlenswert, ist ein PDF, hast du gleich durchgearbeitet, habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Jetzt noch die Frage an dich, hast du das Marquee-Lineal gekannt, hast du damit gearbeitet? Ich habe es jetzt erst wieder entdeckt, die letzten zwei Wochen habe ich auch so Quick-Tipps darüber gemacht. Ich habe das zwar gekannt, ich habe damit auch gearbeitet, ich habe es tatsächlich wieder vergessen. Manchmal ist es eben einfach so, und jetzt hatte ich ein größeres Projekt, mit dem ich arbeiten musste und da musste ich viel kopieren und da habe ich das wieder entdeckt. Also schreib mir mal gerne in die Kommentare, hast du es ausprobiert oder wirst du es jetzt nach diesem Video probieren, damit zu arbeiten? Das würde mich interessieren. Ansonsten bedanke ich mich wie immer bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial, bis dann!